Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Etwas loslassen, von etwas trennen, etwas kündigen. Manchmal sind es wichtige Entscheidungen in unserem Leben, damit eine Veränderung kommen kann. Es gibt dazu ein Energiefeld. Energiefeld des Trennung oder Energiefeld des Loslassen. Und dieser Energiefeld befindet sich im Augenblick in Tilgret zeichnen WDR. Die Thema, was uns dabei beschäftigt, ist die Liebe und Partnerschaft. Es gibt auch Einflüsse von Planeten, auch von Sternen. Und wichtig ist bei dieser Thematik, dass eine Veränderung, eine Verbesserung kommen kann. Was sollen wir verabschieden? Wenn die Beziehung nicht funktioniert, dann eine klare Entscheidung treffen und das beenden, damit etwas Neues kommen kann. Wenn es um unseren eigenen Gefühlen handelt, wie Angst oder Zweifel an die Beziehung, an diesem Leben, dann sollen wir unseren Gefühlen transformieren. Bei vielen Fällen handelt es sich um Erinnerungen und wir neigen dazu, jemand mit anderen vergleichen. Und dann entstehen auch Ängste. Weil die Erinnerungen sind verletzten Gefühlen. Und wenn wir diese verletzten Gefühlen zulassen, weil wir so viel Gedanken machen über Vergangenheit, dann entsteht ein Zweifel oder Angst von etwas Neues. Angst von einer neuen Beziehung. Und genau dieses Energiefeld sollen wir gerade in Ordnung bringen, damit eine Verbesserung kommen kann oder sogar ein Neuanfang. Wenn jemand wissen möchte, wie trifft es persönlich, das kann ich natürlich maßgeschnitten, anfertigen, erklären. Wenn da noch Hindernisse sind oder Blockade, dabei kann ich auch helfen, diese Probleme zu lösen oder die Blockaden auflösen, habe ich meine eigene Methode dazu. Unten bei der Beschreibung befindet sich meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.